Am heutigen Montag brannte es in der Pariser Straße in einer Wohnung im dritten Obergeschoss. Dabei wurde die 68-jährige Mieterin leicht verletzt und ihr kleiner Hund von der Feuerwehr gerettet. Leider konnten zwei Vögel der Wohnungsinhaberin nicht mehr gerettet werden. Sie verbrannten in ihrem Käfig. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt wurden um 10.05 Uhr alarmiert. Bereits bei der Antwort bestätigte sich der Verdacht eines Wohnungsbrandes, erklärte Mai Jäger, der Einsatzleiter vor Ort. Die Bewohnerin sei rußverschmiert den Einsatzkräften bereits im Treppenhaus entgegengekommen. Sie wurde an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Der Brand selbst konnte dann schnell gelöscht werden. Im Nachhinein hat die Feuerwehr die Wohnung noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und dabei einzelne Brandnester entdeckt. Dabei wurde auch der kleine Hund gefunden und schlussendlich ins Freie gebracht.